8 dort erst mal wieder tausend jahre bis zehn krepper ein einzelner und so wie wir nun kommen Prozent Steine also hast du was zu essen in Minecraft weil ich hatte gerade nur ein leckeres Baguette in Rühne Prozent ist du hast mein Brot und mein Schwer zu verstehen denn es hast du essen müsste er das hat Marc aufgesammelt ich habe nichts aufgesammelt ja mein Brot und mein Schwer zu machen hey Marc 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 bevor ich zu gestern eben wegen vorher wegen dem Halko kennst du Standard TV nein ach die machen das eigentlich so geil aber ich kann dir das jetzt eigentlich sehr schlecht erklären oder verstehst du ein bisschen bayerischen oder österreichischen Dialekt ja auf jeden Fall fünf äh ja ich habe eine warte hier äh es gibt äh Marc die Kippe uns Hörn 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 wenn wir jetzt in Bucket hin hörn hörn warte sörn hörn das kann das kann stundenlang weitergehen das ist schon bei was was kann stundenlang weitergehen was kann stundenlang weitergehen hörn 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 Stopp die Stecker rein. Komm, jetzt gib mir die Schippe! Ja, jetzt kannst du dich wiederholen, jetzt ist... Mach ich. Danke, Hamu. Kein Problem. Er hat den Power. Was hat er denn noch dabei? Den Rest. Live the game! Ich glaub, das ist immer böse. Bevor er jetzt hier alles verrottet, nehm ich das lieber mit. Ach so, das Turtok ist von Hammurabi. Ja, ne, das drängt ja einfach so rum. Ich ertrinke, 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 ertrinke. Ich finde meine Sachen. Ja dann hol sie dir. Mann, ich sammel sie doch gerade extra schon für dich ein. Hmm, irgendwie ist irgendwie Fluffy alle ganz schön kacke. Wer ist Fluffy? Ähm, Wati. Fluffy? Wati, ach so. Ich will diese Sterne, du... Ich kenn die, ich kenn die englischen Namen, leider nicht alle auswendig. Ich auch nicht. Tut mir leid. Wer ist Marlin? Ich kenn nur ein paar davon. Marlin ist der neue Spieler hier auf dem Server. Der hier, der 32, dieser Sch... Ja, genau. Ich kann nicht mehr Stuff einsammeln, aber ich hab ein paar Sachen von dir schon eingesammelt. Die geb ich dir dann draußen. Den Rest musst du sammeln. Hast du gehört? Dance. Dance. Oh nein, der Schweigen des Todes. Schweigen des Todes. Von keinem Schaden. Natürlich hab ich wieder diesen schönen Bug. Wie der meinst du kümmer. Es gibt so viele schöne Bugs hier manchmal. Ja, ist ja auch noch nicht ganz ausgereift, der Mod. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Das wissen die Leute ja. Oder sollten sie mittlerweile wissen. Wenn nicht, dann haben sie es zu mir gejagt. Mann, der kam fuckt so ab. Wer fuckt so ab? Wo bin ich gestorben? Da steht ja keine Träne an dem Pikachu auf dem Rücken. Ah ja, da wo das Sentara jetzt gerade ist im Wasser. Ungefähr. Alter, ihr leckt so. Ich kann euch mal mein Pokémon rausholen. Ja, das geben wir voll die Möglichkeit zu. Dann stecken wir nicht, du wer. Sei mal froh, dass sie überhaupt ein Server haben. Mann, es stirbt. Was? Ja, das Server aufsetzen an sich ist ja eigentlich ganz leicht. Eigentlich. Wenn es dir nicht passt, dann mach es selber. Genau. Ich hab den Server aufgesetzt. Ja, wir machen mal nächste Woche mal bei Mammut mal gucken. Ja, das ist einer von euch. Wo sind meine Sachen? Ja, und liebe Leute, ich glaube, wir müssen uns gleich noch mal kurz nach der Aufnahme zusammensetzen. Ich hab da nämlich eine kleine Idee noch vielleicht. Okay. Die möchte ich jetzt aber den Zuschauern noch nicht preisgeben. Weil wer weiß, ob es aus dieser Idee noch irgendwas wird. Richtig. Aber können wir ja mal gucken. Aber sowas sprechen wir ja eher dann intern immer ab. Genau. Besser ist das. Bevor wir es wirklich wahr machen und bevor wir euch damit belästigen und ihr sagt dann WUH, warum kommt das nicht? Oder so. Genau. Hey, hab ich jetzt... Ah, jetzt lass doch mal Dance LP in Ruhe. Hol dir doch mal die Sachen. Lass ihm doch mal die Sachen holen. Mann, der Arme. Du weißt aber schon, dass er mich gekillt hat. Mann, der Arme, ey. Du weißt aber schon, dass er mich gekillt hat, wach? Ja, ist egal. Rache. Ach, du Kacke. Rache ist Blut. Ach, ey, süß. Ich glaube, es ist hier mehr schon so ein PvP-Battle, wach? Ja, kann man. Es ist hier mehr schon ein PvP-Battle. Du hättest aber meine Pokémon gleich mitnehmen können. Die brauch ich nämlich nicht. Ich bin ja noch am Pokémon trainieren. Äh, wo sind meine Sachen? Ein paar da... Äh, was ist das? Ein paar hab ich und ein paar sind da im Wasser irgendwo. Hast du meine Poké-Battle? Mh, nein. Du kannst meine haben, hier. Nur die von, von, äh, Dings. Von, äh... Danke. Mammut vorhin. Kein Problem. Komm, komm gleich einfach zu mir, dann bekommst du deinen restlichen Krams. Gute Idee. Und wo bist du? Auf den Feldern? Wo ich die ganze Zeit rumhocke? Oh Mann, ich bin so ein fucking scheiß Trainer. Ich, ich krieg ja nix hin, ey. Also, es wäre schön, wenn schon mal jemand, einer das Feld bestellen könnte, weil, äh... Im Prinzip wären wir schon reif für die Ernte. Ich bin jetzt nur das Haus am Bauen. Ja, dann mach mal einer. Ähm, ich komm jetzt mit Fabi. Fabi macht so wenig produktives Zeug, dann kann er mal das Feld bestellen. Eben. MrLP-Freak braucht es nicht. Fabi, du hast in der letzten Folge sowieso das ganze Feld leergeräumt. Beziehungsweise in der, in der Folge dazwischen war überhaupt nicht da. Ja, irgendwo dazwischen. Ja, irgendwo dazwischen. Ich hab noch nie was am Feld gemacht. Achso, nee, dann war das Dingens, ähm... Aua. Ja, ich mach schon. Ja, dann macht das Hammurabi, weil er hat das Feld ja letztes Mal, äh, leergeräumt. Wo ich so spät kam, die Folge war das, ne? Genau. Genau, dann macht das jetzt... Ich hab das nicht mal neu bestellt. Ich will meine Sachen. Dann komm her zu mir. Ich bin schon längst bei dir. Wo bist du denn? Hinter dir. Ja, was laberst du? Du bist nicht spät, Fabi. Er steht. Ja, auf die Dock. Alter, so kann man Augen im Schädel. Hä, wo ist der denn? Alter, lass... Ja, da, da. Ah, man, so ein blaues Ungeheuer, hier kann man doch nicht so schwer übersehen. Nein, hier steht ich. Nein, was laberst du? Ey, wer haut nicht hier die ganze Zeit? Hier! Da steht er doch, Mann! Nein, ohne Scheiß. Ich höre ohne Scheiß, nein. Was? Dance, 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 dance. Schau mal bitte bei mir in der Aufnahme hinterher, wenn die Folge raus ist. Du stehst hier nicht. Ich steh vor dir, genau vor dir. Guck. Ich schmeiß es jetzt... Aua, ich schmeiß es jetzt erst mal raus. Das liegt daran, dass alles leckt. Ich schmeiß es jetzt erst mal aus dem Inventar raus. Ich schlag dich jetzt. Fang jetzt den Müll dran. Ja, jetzt bist du echt hier. Nee, ehrlich, Junge. Ja, wirklich. Nein, nicht. Mehr habe ich, glaube ich, nicht eingesammelt. Doch, Steine hattest du viele dabei, ne? Alter. Mehr habe ich noch nicht eingesammelt. Der Rest ist von mir. Der haut mich hier. Ach nee, warte, da ist noch der Eimer. Ja, ich habe noch drei Herzen. Ich habe drei Herzen, wenn ich jetzt Eier stehe. Ich habe es jetzt einfach mal rausgeschmissen, ja? Ich weiß nicht, ob du es hast. Ich habe es. Okay. Ich sehe dich nämlich nicht. Ah, Mann, ich brauche noch mehr Ehre. Äh, Ehre. Ehre. Mehr Ehre, ne? Neben den Arena-Punkten. Ja. Mich verarschen? Nein. Ja, ich will meine 19 Poké-Bälle wieder. Ich habe gar nichts aufgesagt. Alex liegt da. Und ich habe ein halbes Herz. Hörni. Chill, chill, chill. Wenn du mich angreifst. Mein Gott. Das ist genau der Richtige. Tragt es in einem Pokémon-Kampf aus, meinst du? Also wirklich, wir sind noch zivilisiert. Wir spielen Pokémon. Eben, wir spielen Pokémon. Lasst doch in Pokémon entscheiden. Außerdem sollen wir doch mehr von dem Mod zeigen. Ich meine, ich habe heute nicht wirklich viel von dem Mod gezeigt in der Aufnahmesession, weil ich die ganze Zeit an dem scheiß Feld dran bin. Und, ähm, ich habe keine Pokémon. So gesehen. Ähm, du hast mein Eisensperr. Nein, liegt da alles auf der Treppe. Hm, warte, 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 warte. Hm, nur mal so ein bisschen langweilig von der Scheiße. Ja, kurz, ich komme mal versammeln. Nee, dein Eisensperr habe ich nicht. Ach man, ich kriege mich gefangen. Dann stirb eben. Stirb. Internal Server Error. Wuhu. Auch geil. Gefällt mir. Dafür läuft jetzt bei mir Leckfreier. Ja, ich auch. Einer zu viel auf dem Server scheinbar. Ja. Und jetzt sehe ich wieder, äh, meine Pokémon-Leiste nicht, ne? Ja, 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 ist normal, normal, normal. Alles voll normal. Ja, tut's, tut's, tut's. Hat jemand Treppen? Nope. Ja, mit denen gehe ich immer in den zweiten Stock meines Hauses. Deines Hauses? Deines Hauses? Ja. Er hat ein armes Haus. Preise den Herren. Deines Hauses? Ja. Nein, ich habe die Felder überflutet. Laber. Oh, Schmuck. Nein. Loin, ist nichts passiert durch den Leck, oder? Was denn? Wo sind sie noch da? Ey. Wo stehen sie nämlich noch alle? Ja, ja. Kennt einer von euch? Du und der Half-Man nicht? Du? Nein. Sagen wir so, wer von euch kennt Du und der Half-Man? Ich? Ja, jeder. Ja. Ja, okay. Anhand der Tatsache, dass du gerade gefragt hast, wer es nicht kennt und sich keiner gemeldet hat, ist du nur. Ja, so schlau ist er nicht, das weißt du noch. Ey, ich bin schlau, glaub mir. Nein. Für die Hauptschule bist du wahrscheinlich schön schlau. Nein. Oder eher für die Sonderschule. Jetzt verarscht doch mich immer die Hauptschule. Der Arme, der Arme. Ich weiß nicht was. Entschuldig. Was laberst du? Ich bin Gymnasium. Klar. Alter, ich bin Gymnasium. Ich bin Gymnasium. Ich bin Gymnasium. Ich bin Gymnasium, weißt du? Wettend. Ja. Jungen, Junge. Ich bin Gymnasium. Ich bin Gymnasium. Ich bin Gymnasium. Selbst wenn, dann ist es mir eigentlich ganz schön scheißegal. Soll ich jetzt mal sagen? Alter, weißt du, ich bin Scherber. Ich bin in der Klasse voll Schuh. Ey, Digga. Dukschnasi und ich arbeiten. Yay. Ach, halt. Ende der Dachung getragen. Warum war ich die Hauptschule immer so? Es ist doch nicht so, dass wir in nur Dumbo-Stores. Dumbo? Ja, die Hauptschule bin es nicht unbedingt der Dümmste. Ja, okay. Mamut, join the game. Aber ich gebe nichts. Boah, ich werde zurückgebrochen. Dum-di-dum-di-dum. 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 Ich kenne ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Du solltest es doch nicht singen. Hört auf zu singen. Hahaha. Wir hatten auch vorhin erst mal was mit Menschen. Ich will alle beste sein. Wie keiner vor mir war. Ganz allein, schmeißt der den Teller durch die Gegend. Dein zweiter Lachlis für den Kopf. Holterabend bei Hammurabi. So könnte man es nennen. Nee, ich hab das Schlagzeug nicht getroffen. Hey Palusar, machst du mir einen Gefallen? Nein. Ich mach dir mal eben hier den Scheiß hier weg. Kann man für jemand anders sein Pokémon fangen? Was? Kann man für jemand anders ein Pokémon fangen? Du kannst es tauschen. Ja, das muss man dann nachher übertauschen. Okay. Total. Ja, du wirst, Digga. Das Pokémon ist der 29. Und ich hab nur... Mein höchster ist der 9. Ja, so. Ja, Gipir, ich fang's dir, komm. Du kannst auch einfach Pokéball draufwerfen, bis er es gefangen hat. Funktioniert nicht. Am besten du machst dir einen Duskball, oder Mammut macht dir einen Duskball, denn du fängst in der Nacht eigentlich ziemlich alles. Welches Pokémon willst du denn fangen? Wieder richtig geiles Deutsch, Hammur. Ja, ähm. Eigentlich ziemlich alles. Eigentlich ziemlich alles. Und eigentlich gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich. Ähm. Das ist ein richtig. Ja. Hey, wer hat denn das? Boah. Ich nicht. Ich nicht. Nicht aus. Deine Mutter. Weiß nicht, ich zeig mal deine Fresse her, dann kann ich gucken, ob es so aussieht. Ja. Das, da wirst du also kommen. So, ab jetzt trete ich nicht meine Schriftsprache. Ah, ja. Was will der? Ich hab keine Ahnung. Wegen der Tod und Verderben und so. Aber die Amore stinkt, Alter. Die haben sich doch verfahren, die dauert doch noch, bis die kommen. Hast du das Pokémon jetzt gefangen, oder nicht? Die apokalyptischen Reiter haben sich verfahren, ist klar, Digga. Ja, das passiert, wenn man auf ein Navi hört, was eine Frau angesprochen hat. Das ist nun mal eine Tatsache und so, weißt du. Chat. Chat. Let's put. Chat. Snapchat. Chat. än propos. pson